Was ist das denn jetzt hier? Das ist doch, das Arke ist doch hier mit den Geistern sehen. Ja, macht die Geister sichtbar. Warum verliert ihr hier Leben? Wo ist er hin? Hä? Moment, ich mach mal das Erdbeben. Das trifft irgendwie. Irgendwie check ich das gerade nicht. Ich würde mal vermuten, dass ich theoretisch hier... Da ist er doch. Aber wie komme ich da hin? Okay. Also kam ich tatsächlich nur mit dem Erdbeben dran. Das ist natürlich schon fies, ne? Und jetzt? Wir sind ja selbst nicht mal hier zu erreichen. Hä? Ich hätte schon wieder von irgendwas getroffen. Was ist das denn? Ich versuche doch nochmal hier rauf zu gehen. Doch, ich kann doch hier rauf. Ah, guck mal, das ist ein Kristall. Oh, ja. Das war der Fehler. Ich bin einfach nur hier untergerutscht. So, hab ich jetzt vielleicht irgendwo hier einen Weg freigeschaltet? Kann ich aber wieder mit dem Erdbeben. Wobei mir den Erdbeben mich eigentlich gerade ganz gut gefahren ging. Aha, guck mal hier. Mit mehreren Geistern. Hä? Komm her, du blöder Knöch-Opa. Hm, nee. Die Blitze, die hauen schon besser rein, oder? Okay. Da komme ich jetzt wieder nicht durch. Das heißt, bestimmt muss ich da wieder irgendwo... Ah ja, da muss ich den, den nächsten einsetzen. Ist ja easy. Haust du ein bisschen runter, dann kannst du den nächsten Kristall einsetzen. Nur aufpassen, da liegt nicht der Runterfall. So, machen wir nochmal hier. Reicht. Könnt ihr eigentlich mal zwischenspeichern, oder? Darf ich speichern? Versuchen wir mal. Komm. Nein. Ich darf nicht. Zu erwarten. Aufpassen, dass die Lebensenergie nicht runter geht. Okay, hier können wir wieder Erdbeben machen. Es sind gerade richtig viele Viecher hier. Uiuiuiui. Das geht aber fix hier mit dem Leben. Ohaha! Beinahe wieder drauf gegangen. Oh, ich habe gerade eine große Haltrecke bekommen. so okay das war jetzt ein bisschen fies weil da so viele waren aber im erdbeben das hat ja dann doch recht gut funktioniert und wie soll ich denn da ankommen wo ich jetzt wirklich springen da habe ich ja gar keinen bock darauf und ich wirklich nicht beichern kann ich wirklich nicht speichern jetzt muss ich so wie beim retron 5 so eine schied speicherfunktion haben der lässt mich hier tatsächlich nicht mehr ich falle auch da bestimmt runter ich traue mich nicht ich traue mich echt nicht das musste jetzt aber echt nicht sein ich will nicht nicht einfach hier bleiben ich habe echt so damit gerechnet hier das zu verkacken ja so hier davon also ich glaube mit den tränken sollte ich auskommen da war da ist habe ich erwischt das ist doch schon tot oh ich hätte beinah aufgef- aber das ist jetzt aber irgendwie nicht mehr fair play hier wie habe ich das gefühl nein ich habe doch ich habe ohne scheiß ich habe doch select gedrückt oh nein warte der ist doch eigentlich drunter der ist doch auf null ach ich muss ja wahrscheinlich erst komplett eingeschlossen haben ne also alle kristalle eingesetzt da waren so viele gegner gerade ja da kommt immer ja der ist wieder da okay scheint nicht weggebeamt zu haben kann ich eigentlich die kristallschule direkt einsetzen wo muss ich mir erst bekämpfen da komme ich nicht durch oh 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 da werde ich beinne wieder hops gegangen so da ist er weg ich glaube mit dem erdbeben komme ich am besten klar das ist da wo ich jetzt gerade eben gestorben bin einfach zu viele waren die ging ja auch relativ schnell kaputt da äh ja den trank okay dagober scheint weg zu sein ach das ist noch ein geist okay jetzt wieder so schön den sprung hinkriegen wie eben das ist nix für meine nerven na komm und geschafft tatsächlich alles besser geschafft als ich immer gedacht hätte ich glaube den kleinen halt dran haue ich mir jetzt trotzdem rein okay jetzt muss ich einfach gucken ob das dann gleich in der runter ist da durchkommen okay aber nicht auf auf meinen körsor das leben vergessen zu gucken so ich komme jetzt hier durch okay ähm ne ich komme nicht durch wo ich wahrscheinlich tatsächlich alle gegner die kleinen gegner auch killen boah ich irgendwie kriege ich gerade voll die flattern äh jetzt habe ich auch alles hier gekillt oder ah ne da ist noch so ein bogenschütze was ist das denn da oh ne ohne fackel da muss ich das hier einsetzen da muss ich das einsetzen wo mein leben aber immer noch nicht doch o moment das ist auch einer hin oder egal erst mal hier trecke Jetzt ist da einer drin Ich hab so Angst um mein Leben Boah Das ist gerade echt brutal hier Komm ich hier durch? Nein, komm ich immer noch nicht Alter Könnt ihr auch einfach mal So, ich hab jetzt keinen Kristall mehr, ne? Oh, 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 oh Boah Schon bald wieder drauf gegangen hier Ah, da hat passiert was Hui Hab ich's geschafft? Sieht doch nach dem Gefängnis aus, oder? Sieht gut aus Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ah Oh, Gott. Ich bin ein Malender, sehr schön. Da baut sich der Mana-Fluss, wie auch immer, wieder schön auf. Das muss der sein. Ein bisschen Schnulze. Aber cool. Ah, das ist der Drache, ne? Der kommt auch in den Comics vor. Zumindest in einem. Mega. Geil. Endlich. Ich habe eben schon überlegt, wie lange es her ist. Also, ich habe das Spiel angefangen. Bestimmt. Also, ich bin jetzt 32 Jahre. 15, 17 Jahre? Eher auf dem Dreh? Ja, doch, könnte kommen. Also, vielleicht sogar noch länger. Also, ich glaube, 12 habe ich es wahrscheinlich auch nicht gespielt. Das sind sogar 20 Jahre oder so. Also, ich weiß es nicht. Aber das Spiel habe ich, wie ich schon so oft gesagt habe, so oft angefangen. Ich habe es nie durchgespielt. Es ist das erste Mal. Endlich, endlich. Wirklich von meiner Bucketlist, von meinem Lebensziel. Techno-Mesh. Ich habe es durch. Und ich freue mich riesig. Ein supergeiles Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Sie hat an Philippe-Sicht 1 an manchen Stellen bockschwer. Dann hatte ich mit dem PC-Pixel eigentlich nie so das Gefühl, dass es so schwer ist. Also, ich weiß noch, der Fußballgifter hat damals richtig dran geknabbert und allen drum und dran. Ich das erste Mal Dinge machen musste. Aber letztendlich ist das echt ein super stimmiges, schönes Spiel. Nur dieses Side-Event und das Käferrende auf der Playstation-Variante, das ist echt mies. Ansonsten gefällt mir die Steuerung, wie gesagt, mit dem Controller viel besser als auf dem PC. Das ist irgendwie angenehmer. Das ist, als wenn das Spiel eher wirklich für Playstation-Konstruziert ist, als für PC. Aber das soll dann auch einfach Geschmackssache sein. Hey. Ich freue mich mega, dass ich es endlich durch habe. Ja, wie fandet ihr das Spiel, das Let's Play? Schreibt es mir unten in den Kommentaren. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, lasst doch ein Abo da. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch noch einen Daumen da. Nicht zu vergessen. Und ja, ich habe noch... Pfff. Da gibt es eine Menge Spiele vor, ne? Aber ein Spiel, was genauso auf der Bucketlist steht wie Technomage, ist Alundra 2. Habe ich auch hier stehen. Das ist immer noch das Spiel, was ich damals auch hatte. Das habe ich nie hergegeben. Das habe ich auch recht weit gespielt, aber auch nie durch. Und das will ich auf jeden Fall auch noch irgendwann mal machen. Aber ich weiß noch nicht, was ich als nächstes mache. Also doch, klar, als nächstes werde ich jetzt hier auch erstmal noch das Tanglewood beenden. Endlich mal. Das dümpelt ja auch schon seit Ewigkeiten jetzt hier rum. Auch einfach aus Zeitgründen. Und dann sind die Let's Plays, die gerade laufen. Wie, ähm, ja, W.O.V. Classic wird Ewigkeiten noch dauern, glaube ich. Ähm, das Pokémon Let's Go Pikachu. Und ja, das, ähm, Harvest Moon spiele ich auch noch. Und was ich dann nach Tanglewood mache, ähm, weiß ich dann noch nicht genau. Ich habe irgendwie Bock immer wieder auf einen Ego-Shooter. Ich weiß noch nicht, ob ich Far Cry 5, das habe ich letztens günstig, ähm, gekriegt. Oder, ähm, Halo habe ich auch Bock drauf. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Und jetzt gucke ich erstmal, dass ich das erste Comic gelesen kriege. Und dass ich das zweite vielleicht doch noch irgendwo, ja, ersteigert bekomme, ergattert bekomme. Dass ich mir auch alle die Comics hier von Technomage durchlesen kann. Und ich bin jetzt mal hier auch mit zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.